ARD Text im Auftrag von Funk Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge STORS Allerlei, heute mal mit UNO Einen kleinen witzigen Kartenspiel, was ihr aus und real life kennt Und jetzt auf jeden Fall virtuell hier bei uns Auf dem Kanal mitspielen tun heute Die Chipsy, die Hatzel und der Seth und ich Hallo Grüßen Grüßen Haha, da ist ne 3 bin ich dran, ne Der Seth ist dran, oder? Ja, der Seth Ich will schon gar nicht mehr, wie das geht dir auch Da musst du mal was grünes oder den Zoll drauflesen, verstehst du das? Alles klar, ich mach dann weiter Ach, weck du Arsch Ich weiß nicht warum, ich mach's einfach mal ab Hallo Hallo Oh, was war denn das jetzt? Sag mal Was schön denn das? Hallo Wie soll auf rot gehen, aber auch nicht krass Na logisch Wie geht also auf rot? Das finde ich schabender Ja Mh 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 Ja Das klaern wie bei WW2 freu, dann mach ich friendly fire und dann bis sofort Oh, oh mein Gott Garni NeeHれzie, was geht? Nix In den 10 Ah, alles gut Na ich, das Raff hier Ja, das macht gar nichts Ja, das geht schon Ich hab keine Null Oh, die sind drei Oh, die sind drei Oh, die sind vier Ja, Alter Alter, fuck, Alter Ach, komm mal ins Maul Ich geh mal mit mit Blau Ey, Blau ist aber keine gute Form Dafür Blau brauchst du ne Weile Ne, ne sechse, Mann Jo, friss das Ja, Muszi Oh, wie tut denn Wieso hat das so viel Oh, ne, ne, dein Ernst Hallo, genau Ja, ne Null Ah, hier, guck mal Hallo Oh, mein Gott Oh, mein Gott Der hat sich schon wieder Das geht so, ne Die macht uns hier alle fertig Hallo Wir sitzen dann irgendwann nackst hier So, er knüpft man's Zurück Äh Äh Mh Na, zieh, Aschmar, kein Problem Ja, ist klar Hör, hallo 4, 2, 10 Ja, Aschmar, äh, genau so ist es ja Schon fertig machen, hallo Fünf Minuten nachs Rump Geht's mir gut, aber was Ich hab gar nicht gemacht Gypsy, bis dran, jawohl Ja, ja, alles gut Lass mich da, Aschmar Nee Sehr nice, sehr nice, Gypsy Sehr nice Haha 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 Sef Na, Sef, find's für nichts, seh Was ist doch mal da Oh, ja, das setzt halt mal eine Runde aus Na, echt mal Jaaa Du hast genug, äh, Möglichkeiten hier, äh, fertig zu machen, wasser Ha, 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 ha Hä, grün oder was Ja, nee Na klar Oh, hallo Haha Alter Wie jetzt ne 4 Ja, weil's mit dir ist, Mensch Die kann ich über, die kann ich über, die muss übernehmen Boah, klatsch doch die Karte raus, ne Oh, schön Wetter Sef, mach was. Mach ich. Hallo. Nein, nein. Ich hab's nicht vergessen, ohne zu sagen. Ja, wo geht das? Du musst unten an der Seite, zeigt es dir an, bevor, wenn du zwei Karten hast, zeigt sie unten an, Uno, und dann drückst du drauf, und dann legst du die zweite Karte. Ach, nein, ja, bisschen verbillt mit, geht's schon. Ha, da hab ich aber Zeit. Das wird nur länger. Na, endlich, immer schön, yeah. Wie jetzt vier. Ja, das wollte ich eigentlich nett, ne? Ja, machen wir. Jetzt kann ich hier noch ausreden, was ist da los? Oh, na, was soll denn das? Ich weiß es doch, ohne, was wird ein Gewinnstil oder was? Ja. 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 Ja, weil alle hauen hier die Büssigkarte raus. Hab keine Insel davon. Kette Insel. Kette Insel. Das weiß ich, was du machst, hä? Aha. So. Ja, mal zurück, ja. Das müssen löwen. Das läuft. Hä? Äh. 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 Ist mir noch scheißegal. Ist mir auch scheißegal. Ja- also. Na los, hau jetzt was raus. Mach es doch schon, ey. Bleck, muss mal die Vöver zu sein. Ja, genau. Ich setz mal aus. Ist ein Dapfelband. Hallo. Ja, warte. Alter. Das war so gar nicht geplant. Welche Farbe? Ach, gelb. Ich wollte aber nicht gelb. Verstehst du das? Alter, je, dass man diese Scheißzahlen hat. Die Kinder hat die, Alter. Ja, dann ziehen wir fleißig. Ja, ne, mache ich nicht. Ich hau jetzt die dritte, ne? Hau ich gleich drauf. Oh, yeah. Hab ich auch noch. Nimm mal blau. Wird schon össer, ne? Hat jemand vergessen ohne zu sagen? Ne, ich nicht. Ich ohne, hab doch wer. Nicht die meine Runde. Oh ja, die Runde wird lang. Das macht gar nichts. Green, oder was? Oh. Einfach mal Green, oder was? Was Green zu Green, wenn ausländische Korten... Oh. Oh. Ach, ne. 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 Passiert. Ist mir am Anfang auch passiert. Ist doch bescheuert. Echt mal. So, ich leg mal mal spinnen. Weil du gelacht hast. Weil du gelacht hast! Da muss mehr. Kraft das mit den UNO-Nennern, ohne Scheiß. Oh egal, kannst du es später machen. Na wie, kriegst du immer neue Karten? Ja, ja. Na klar, du bist noch nicht so weit unten gewesen, alles klar. Alter, wo nimmst du die ganzen Karten, Alter? Schreibst du für deine Zahlen einfach nur ein Plus, oder was? Was ist denn mit dir? Was, ich auch? Ne, ich vergiss es einfach. Aber abforschen. Du hast doch angefangen. Du hast doch mit dein Gefängn. Gelb, oder was? Oh Scheiße. Oh, abhauen, Alter. Du musst halt ganz viele Karten ziehen. Na ja, hast du auch gesehen. So. Jetzt geht's los, ja. Jetzt haben wir doch recht viel. Ja, sein Wechsel. Hebegriff Gelb hier, Rotz. Disch! Disch! Scheiße, Roni, ich kann keine ziehen. Ach doch, doch, doch. Ne, legen wir nicht. Ziehen du doch ja genau. Oh, hallo! Das werden ja immer mehr ziehen. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Du denkst, ich hab keine Blauen mehr, oder was? Oh, hallo! Du bist, wie ist da? Scheiße, Houdini, der alles weiß hier. Was? Aber ich hab eine Blaue gezogen. Ha! Ach, hast du wohl, hast du wohl. Ach, sicher doch. Hervorragend. Das war ja jetzt nicht hervorragend. Ja, jetzt ziehen wir weiter, guck dir den mal. Ich hab mal so wenig. Ja, schön. Ja, und ihr habt's auch nicht schön. Danke schön! Danke schön! Ehhhh! Ehhhh! Ihr habt alle gelacht, Alter. Scheiße, ey. So, guck mal. Ich geh auf meine Munde. Ach, hier komm ich überhaupt noch mal dran? Ne. So, da hab ich was. Der letzte Reichenbäckse drauflegen. Oho. Was ist denn jetzt? Äh. Meine Güte, ey. Was ist jetzt mal ganzин勝 auf der Welt? Ja. Die Kraft ist ja hier. Ich und der wird noch lange rein lassen. Und du weißt auch, wenn du nicht rum larfst, das ist schön dabei so wenig kommt ja 1 Jawoll Jetzt habe ich es geschafft Hirschgeil Ich bin doch lange her so weit Ich bin fertig, fix und fertig Ja, Krönchen, Krönchen Das war schön, das war schön So, wir melden uns gleich in der nächsten Folge wieder Und sagen aber für diese Folge erstmal Tschüss und bis zur nächsten Tschüss